nein war ich nicht das und habe ich gar nicht weggemachte vogel hat das auch nicht weggemacht und blau muss erst da ja blau bewegt dich ja ablegen nur wieder hochkommen das war so sehe ich jetzt schon wenn ich so und so rum hatte so so wie kommen wir jetzt darüber wie komme ich darüber aber ich kann die doch sitzen ich glaube das war nämlich so ja war es auch und dann raucht er und beim ersten mal hängen wir ich glaube hier fast zehn minuten dran nein das ist es ging jetzt das level fand ich nein ich wollte wo ich das mit dem anderen gemacht habe ich glaube das waren fast zehn minuten war da richtig schlau aber ich habe mich auch noch ein bisschen daran erinnert mach keinen scheiß hier wir fahren gleich runter ich will nicht nehmen wir auch noch ein level das müssen komplett mit weißer farbe finden jawohl das war sie auch noch ist ja ein dummes level für mich nein Nein. Unsere Kollegen. Alle tot. Diese hessigen. Gibt es wieder hier ein Robo-Porno? Na na. Guck mal, da bist du. Hi. Exit. Oh. Nicht, geht da nicht. Ne, ich will da nicht. Müssen wir aber. Ich will nicht. Doch, müssen wir aber. Ist auch richtig. Hier ist ein Schalter. Ist nicht an. Ja, bei dir auch nicht. Yes. Stimmt nicht, aber sie sind nicht mehr ganz so kaputt. Da ist einer am Ende dieses unvollständigen Testbereichs. Ja, ich will ja auch. Hilfe. Ach nö, ey. Hier ist auch weiße Level. Das ist es, was ich meine. Was macht das? Mach das einfach nix oder was? Also sind wir Maler oder was? Maler und Lackierer sind wir jetzt. Wie, das ganze Ding hier? Nö, nö, nur bestimmte Bereiche. Aber leck mich doch. Muss irgendwie anders rüber gehen. Ähm, ja. Wie war das jetzt? Ach, die Jule ist auch mal rüber. Weil wir müssen einiges vormachen. Wir müssen nämlich darüber. Wohin? Da drüben bist du hin. Okay. Dann müssen wir nicht nach oben, um, dass wir dann von oben aus darüber spritzen können. Aha, spritzen. Darüber spritzen. Aber hier ist ja nicht mal eine Fläche, wo man gegenschießen könnte. Ach, nö, die weißen. Ah, I know. Warte. Ja, weiß ist dafür, dass man das machen kann. Ah, nö, nö, du musst erst mal einiges voll machen. Boah, warte, bei mir leckt das gerade jetzt auf. Okay. Weiß nicht, ob das da ging. Nee, ne? Ne. Nö. Komm mal, so. Ja, warte. Nee, es ist da oben nämlich auch was drauf. Ähm, ja. Äh, spritzi. Warte mal. Teilang. Ich weiß nicht, warum man dann ab und zu mal leckt hier sieben. Keine Ahnung. Er hat wieder Langeweile. Cool, du, ne? Alter, du hast jetzt, warum machst du denn alles voll hier? Brauchst du da gar nicht, oder? Oder doch? Ich hab doch was gesagt, wir müssen nach oben, ne? Ja, aber... Aha. 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 Geh da mal von da drüben nach hoch, kurz. Ich hab's. Ja. 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 Ich weiß auch nicht, warum. Das ist doch super... Nicht. Zum kotzen. Hm. Mach ich den jetzt super leck. Frag mich nicht. 20%. 20%, 30% CPU und 3 GB Arbeitsspeicher. Ja, was macht der denn hier wieder? Boah, ich hasse Portal, ohne Witz. Das ist nur bei Portal, dass das irgendwann da einfach so... Ja, ich hab keinen Bock mehr. Wieso nicht? Wieso ist das so? Weiß ich doch nicht. Mag es dich nicht? Nee, ich glaub nicht. So, ich glaub wir kommen rüber, ne? Ja. Ich krieg ihn Appel. Nee. Kannst du laufen? Sind aber die Ballermänner. Ja, und? Wir sind hinter denen. Sicher? Hm. Das Problem ist, es ist nervig jetzt mit dem Leck. Tschüss. Tschüss. Oder so. Ja, wow, wow, wow. Pistinger. Ich glaub ich hab gerade ja ehemal alles alleine gemacht, ne? Ja, selber kann die sowieso nicht. Boah, ich krieg's kotzen hier bei den Superlecks. Denn, der macht doch nicht mal was. Glaub ich, der hat immer Taskmanager offen, ob er irgendwas besonders macht. Bleib mal kurz stehen. Bleib mal kurz stehen. Warte mal. Lass sie kurz zu Ende labern und dann machen wir kurz Cut. So können wir nicht weiterspielen, find ich. Lass uns das Level beenden noch. Weil nicht, dass wir das nochmal neu machen müssen. Dann hab ich keinen Bock dazu. Dann geh. Dann geh. Das hatten wir ja schon mal gehabt, glaub ich, ne? Ja, du. Nicht ich. Ja, mein ich ja. Das hatten wir ja schon mal. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich guck gerade hier schon so. Ne. Ich wundere, dass er auch bei Portal nur zwei Kerne nutzt. Drei. Komisch. Portal. Ja. Portal halt. Ne, brauchst du nicht mehr. Machen wir eben schnell kurz einen Cut. Das geht ja rückwuck. Ja. Würde ich sagen. Sehen wir uns bis gleich. Tschüss. Tschüss. Jo Leute, und damit willkommen wieder zurück zu Portal 2 nach dem Podcast unterbrechen wir mit Flash. Ja. Dank Centus können wir jetzt wieder weiterspielen. Wir hoffen, dass er nicht wieder weiter ist, wie immer. Hopp, hopp, hopp. Ja, ich hole euch doch nicht. Ja, ich hole erstmal hier. Flotten-Otto hier. Flotten-Otto, ne? Ach, geh doch sterben. Du musst den holen. Hm, ich weiß. Es kommt. Grüß Gott. Weißt du, wie das geht? Na, hab jetzt schon kein Bock. Und jetzt. Toll. Was? Warte. Ich komme da hin. Kommst du so auch nicht. Wir müssen nämlich gleichzeitig springen. Und ich werde nur ein bisschen ärgern. Boah, ich will nicht nochmal hoch springen. Okay. Okay. Bereit? Ja. Okay. Drei. Zwei. Eins. Ja. Alles klar. Ja, musst du da und dann einfach müssen wir hier runter. Ja, toll. Das ist wohl, wie ich komme. Wie soll ich denn hier unterkommen? Ja. Ach. Mama, ich glaube sogar, dass es... Boah, es fängt da schon wieder an, oder was? Fick dich, Portal, ohne Witz. Ich glaube, das ist okay, egal, wenn das auch nur einer ist. Dann sage ich. Tschüss. Darf ich Portal umbringen? Und jetzt komme ich nochmal hoch. Ja. Jetzt musst du wieder gehen. Komm ich doch durch. Portal verarscht mich gerade, ne? Ja. Hm.